Small Ames. Achso! Nein! Wir müssen mal eure Sachen rein tun. Was hast du denn jetzt mal vor? Ja! Wir warten, wir müssen uns die Eltern abholen. Ja! Ich glaube Matthias, wir haben ein Problem. Einen wunderschönen guten Morgen gewünscht da draußen, mein Lieben. Wir haben es 11 Uhr Sonntag. Ich sitze schon wieder die ganze Zeit am Rechner und bin am Arbeiten, deswegen fühle mich immer so wenig. Habe jetzt aber Mittagessen vorbereitet. Das ist jetzt ein Nudelauflauf mit Brokkoli und Petersilie und so ein Kram. Und für Matthias habe ich hier drin ein Stück irgendwas Fleisch, keine Ahnung. So was krasses. Und ich bin jetzt dabei noch hier den Geschirrspüler einzuholen. Mauti, gehst du mal raus da? So. Z внимание der Geschirrspüler. Hm? Piep, piep, piep. Guten Morgen zu Dank. Guten Tag, guten Morgen zu Dank. Guten Morgen. Puh, piep. Aber ich wollte sie nicht hier sitzen. Ich glaub, sie wollte da hinten sitzen. Aus dem Kern? Sorry. Nein! Du bleibst sehr wohl da stehen! Einen aufeinander! Ach, Corona-Abstände! Ja, aber wir wollen so. Kannst du Eintritt oder was? Scheiße! Ich hab schon eine Eintrittskarte. Ich heiße Marlene. Ich heiße Marlene! Ich heiße Marlene! Hä? Ich zahle Kater. Du hast halt nicht mitgeübt oder was? Hä? Wann gehts jetzt los? Was ist jetzt die Bänke? Jetzt fehlt hier nur bei uns! Mara, du machst das! Was soll die machen? Ja, Maras, wir sind jetzt hier in deiner Band und jetzt hast du nichts von uns vorbereitet oder was? Hä? Wir können alles machen. Mara, wir können sowas trinken. Wir sind hier in deiner Band. Wir sind hier in deiner Band. Das ist das Buffet! Ja, welcher Buffet? Er hat das Buffet aufgebaut. Was? Hier müssen wir eure Sachen rein tun. Was hast du denn jetzt, Maras? Was hast du denn jetzt vor? Ja! Wir müssen uns die Eltern abholen. Ja! Ich glaube, Matthias, wir haben ein Problem. Maras, was war jetzt der Plan? Ich weiß es nicht. Okay. Schau mal rein! Wir können nicht hinter uns! Was? Was ist das? Nein! In deiner Apfelbrause, die da liegt, ja? Da ist ja nur noch so viel drin, es ist ja wahrscheinlich nur 80% Spucke nur noch. Was? Das wollen wir nicht! Mara, das ist nicht für euch alle! Ich bin mit dir! Hier! Mara! Das stimmt nicht mit dir! Mara, wir wollen jetzt die Band, sonst fühle ich mich hier beschissen. Hier! Mara, wir möchten unser Geld wieder haben, wenn jetzt hier kein Stück vorgestehen wird. Ah, jetzt geht's los! Guck mal, er schickt das mal wieder beiseite! Das ist ja cool! Mara! Oh! Oh, das ist ein Käppi! Ja! Ja, fängst du jetzt an? Nein, warte! Ich finde das auch, was ich selbst lachen kann. Wieso muss er sich denn da so in die Ecke quetschen? Nein! Mama, kannst du mir ein bisschen waschen? Dann ist hier ein Hund, dann ist er dabei! Ein bisschen Platz machen wäre ja schon nicht schlecht gewesen. Ja! So! Ich bin da ein bisschen laut! Mach schneller, der Akku ist gleich alle! Ey, du fahr ich weiter! Ja! Machen wir mal den Anfang! Mit dem Stecker links! Machen wir mal den Anfang! Warte, du kommst jetzt! Machen wir mal den Anfang! Warte, du kommst! Matthias, das nächste Mal. Dann lasse ich mich von dir scheiden, wenn du mir sowas kaufst. Alle gern wieder zurücknehmen! Ja. Ja, gut, wir sehen uns nächstes Jahr. Oh mein, was handelt jetzt? Hallo, liebe Leute. Ich habe gestern noch nicht mehr gefloggt. Das tut mir sorry. Ich weiß gar nicht, wann ich gestern Schluss gemacht habe. Ich weiß es nicht mehr, aber ist ja auch egal. Hi. Wollte ich noch einen schönen guten Abend wünschen. Stimmt's, Tias? Meine Brille rutscht die ganze Zeit. Sag mal Hallo, Ibims. Sag mal Hallo, Ibims. Ja, gut. Marleen ist ja heute den ersten Tag im Praktikum. Das erzähle ich euch dann alles für euch morgen. Und ich werde jetzt mal direkt runtergehen, Mittagessen machen. Damit Marleen pünktlich um 14 Uhr essen kann. Weil sonst isst sie nichts. Wäre ungünstig. Deswegen, das was ihr von uns für euch bis morgen 18 Uhr... Guap